Lange nix mehr von uns hören lassen. Ja wirklich. Ich hab' ich unterbaut. Das krieg ich zu spüren, wenn die Gurken unter der GTA spielt. Ja, wenn ich in GTA spielen muss. Die spielt nur GTA und die können nix machen, weil ich das scheiß ich auch nicht hab. Ja, das kommt auf Anzeige. Also, was gibt's denn hier? Außer Schrotflinken gibt's die Waffe. Ach, geh ich. Ich muss mein Xbox brauchen. Du musst den Xbox kaufen. Nimm mir einen Schuss. Dann kann man auch GTA spielen. Dann spielen wir nur noch GTA. Ich nehme ihn nur und da bist du. Ich nehme ihn nur und du brauchst zu lange. Wo bist du? Das Bild schon beworst du. Steht wieder bitte an. Wo ist der Ausgangshölle? Da, du Kackarat. Kackadu. Da. Der Cowboycho. Ich darf's vorgehen. Das ist der Cowboycho. Keine Ahnung, ich schau mal wieder nahe aus. Ich sehe meine Axt. Hallo. Alter, da ist ja nix los. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich weiß auch nicht. Das Fenster. Hallo. Telefon. Guten Tag. Keiner zuhause. Okay. Oh, da hat sich jemand eingespielt mit dem Sekt. Schau mal, ich mach mal ein bisschen Party. Was machst du da schon wieder? Ja, Party. Das hat kommt nicht so lange und jetzt was. Macht euch bereit. Okay. Macht euch bereit. Ich habe hier. Da kommt einer. Wie geht's los? Ich lege jetzt los. Gut. Du, 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 du ... Du, und du, du, du. Etwas hat den Raad her. Bombi würde! Ja, 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 ja. In alter Tradition mit Leopard da ist gut starten sehr schön. Okay, so. Ich hab Sex gemacht. So, das ist wie ein Puff irgendwie, ich weiß ja nicht. Wow, geil. Also, Kino, kein Puff. Okay. Sagst du schon wieder das? Ich wollte die Rohrbombe nehmen und dafür einmal raus. Ich hab sie geschmissen, nicht genommen. Nein, ich hab sie genommen, wir sind aber auch gepflegt. Der Film ist schlecht, schau das denn nicht an. Nein, du kommst hier nicht rein, du hast dir keine Karte gemacht. Schlecht der Film? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber schau wie viele Leute, die sind in der Film. Das ist so riesig, die aufhören. Oh Gott, ich hab vorne meine Wohnung. Wie bist du zum... Ich steh auf der Biene, aber ich hab... Ich bin nicht froh. Was hab ich denn? Ich hab ne Zigarette und die ist mir gar nicht so halbgefallen. Oh, passt grad. Oh, die Blüten. Oh Mann, die ist mir sehr begeistert. Da, da, da ist Family Guy. Was? Da ist Family Guy. Er ist nackert. Was ist Family Guy? Er ist nackert. Er ist nackert und hat keinen Schlüssel. Family Guy. Neee. Neee. Er hat keinen Schlüssel. Er hat keinen Schlüssel. Immer mal ganz. Immer mal hinsetzen. Jetzt halb mal die Fresse, ich will den Film schauen. Ja, hinsetzen, du Trottel. Komm schon, siehst du. Sondern die Leute nicht. Ja. 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 Ich bin ein Schlüssel. Aber ich bin ein Schlüssel. Seine Brostata ist gerade nicht mehr so gesund. Ich weiß nicht. Ich bin ein Schlüssel. Ich bin ein Schlüssel. Ah, Mann! Nee, nee, nee. Ich glaub das auch sehr gut. Oh, wie heißt das? Minipins? Oh, ha, ha. Ja, aber das ist ihm auch nicht cool, wenn ich mir gedacht. Was spielst du hier sonst noch? Dach, Carnival. Ah, Silvia. Und Hard Rain und The Parish. Hier biegen die ganzen... Wie heißen das? Von den anderen Maps. Oh mein Gott, ich hab so lange nicht mehr aufgenommen. Ich kann nicht einmal mehr reden. Du bist schuld, weil du nicht spielst mit mir. Ja, ich, du spielst immer GTA, du Saar. Da ist nichts dafür, da ist ein Ring. Da ist ein Medi-Pack. Das ist kein Mensch braucht. Ja, weil wir einfach zu gut sind. Ich hab zugeschaut, was das aufführt. Da ist irgendwo ein Ring. Das ist so, dass wir was führen wie aufführen. Gar nichts mehr. Hallo, Zombie. Hecht. Hallo, Zombie. Ticketing. Ich hätte gerne ein Ticket für... Ich weiß nicht. Was spielst du gerade im Kino? Wie viel Geld soll ich abheben? Ich weiß nicht, 300er. Okay, warte. Eins, zwei, drei. Ich wollte gerade ein Kinoticket, aber ich weiß nicht, was da im Kino ist. Ist aber eh gut, 300er nur. Ich könnte ein Million auch heben. Was wohnt heute? Danke. Ich hab mich jetzt noch gehalten. Du kennst ja noch mal, wie ich nicht. Ja, geh mal raus. Warum schießt du mich hart? Ich? Ich schau auf den Treppen. Oh, eine Jukebox. Eine Jukebox. Eine Jukebox. Sie haben ihre Jukebox immer. Das ist cool. Lalalala. Retro-Style. Nicht verfolgt mich nicht. Ich muss weggehen, weil sonst kriege ich sicher ein Ding eins vom YouTube, die sind ja jetzt so teppert. Geweckt alle auf! Und der Musik weg! Die ist gefährlich! Sie werden uns alle töten. Du bist in der Wand. Nein, ich bin in der Wand. Ich bin schon viel, viel weiter als wie du. Auf zum Atmen. Das ist falsch. Mach da alles kaputt, dass du nichts machen musst. Okay. Ich geh mal komplett anders hin, als wie ich bin. Okay. Oha! Ich hab die Hände. Ich hab die Hände. Ich hab die Hände. Ich hab die Hände. Ich hab die Hände gefunden. Ich hab die Leute gefunden, die sich da rausgegangen. Ich bin da oben. Aber ich komm nicht weiter. Aber jetzt soll ich keine Kraft draufstehen. Ich geh weiter. Aber da... Warum warte ich nicht? Schau jetzt ist der dort da unten. Weil dein Riaaaaaaaaaaah. Auf die Hände. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Aber ich hab Scheiss auf dich. Ich hab gerade einen Kibara gewählt. Scheiss auf mich. Wo bist du überhaupt? Das kommt doch von mir. Ich bin tot. Er lebt noch. Und ich bin gleich am Boden. Und er kommt fort. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn in den Arsch geballert. Halt dich. Da kommst du. Jetzt reiß dich zusammen. Wir kriegen dich wieder hin. Na's toll. Bin ich eh schon tot. Ja, ich kann nicht gehen da schon. Ganz cool. Was machst du überhaupt hier? Wo geht's hier weiter? Na daaaah. Na daaaah. Du hast doch einen Vogel, hat mein Handy gesagt. Naja, das ist... Kommt doch was. Da gibt's Verbandzzeug. Brauch ich gerade noch. Wir haben gerade einen Haxen getroffen. Ja, kurz auf. Lade! Da ist ein Pfeil und ich geh in die Gegengesetzgerichtung. Das ist sinnvoll, oder? Ja. Ja, normal. Ich hab den Pfeil gar nicht gesehen, weil ich die Zombies gekötet hab. Oh, ich hab ihn schon gesehen. Das ist unrußig. Wow, 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 wow. Machst du schon wieder? Heute tausst du mit den Heinzes, oder? Ja, weil ich immer einen anderen Weg geh... Der Pfeil ist hier. Und wo bist du? Aber ich geh auf die Schiene, ich bin umzuschlauen. Ich weiß nicht, ich hab mich einfach da quer runtergehofft. Da fühlst du so einen. Oh, den haben wir schon lange gesehen, der hat bei mir ein Rammstein gelegt. Ich bin schon wieder ausgesperrt, das ist eh. Hab ich gar nichts, du weißt nicht, ist das so gut. Lein, du da bist... Ich mach mal die Tür zu. Tschüss. Ich hab den Pfeil gehabt. Hey, ich hab den Pfeil gehabt. Einmal 8 Minuten ist das super? 8 Minuten haben wir braucht. Die Punkten sind jetzt auf dem Fall aus. Weil das mein Rekorder sagt. Ach so. Mein neuer. Ach so. Hey, hey, ich will schon im Bildschirm, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich bin auch im Bildschirm. Ach so, ich bin auch im Bildschirm. Ich bin auch im Bildschirm. Wenn du dich bewegen kannst, sagst. Ich kann auch. Was ist das für Kacke waren? Das geht nicht. Bist du wirst? Ja, das bist du. Kannst du dich schon bewegen? Nein, der steht, ich bin inaktiv. Nein, der steht, ich bin inaktiv. Du bist inaktiv, ich glaube wir haben es kaputt gemacht. Wieso machen wir immer alles kaputt? Oh, Thomas. Hey, mit dir kann man nicht mal 5 Minuten spielen. Beobachte nichts jetzt. Beobachte gar nicht. Beholte nach Lise. Ah. Du kannst mich nicht beobachten, weil ich bin nicht da. Verdammt, es ist kaputt gemacht. F1. Wo ist F1? F1. 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 F1.